Hallo Leute, Moment, Box noch machen. So. Moment, ich schaue kurz ob alles gut eingestellt ist. Super, alles klar, es ist alles super und wir gehen jetzt gleich weiter. Und ich bin doch sehr, sehr suspekt, dass hier diese Quad Damage rum, was Quad Damage heißt. Schnell, schnell, schnell! Nein, das nächste, bevor es raus geht. Nein, bitte. Schnell. Fick dich! Oh, oh. Jetzt ist ein bisschen Angst auch, ja. Na, mein gut. Back. Oh, oh. Wow, das war aber auch ganz schön knapp hier. Boah, was wir hier speichern. Oh, warte mal. Mit diesen Idioten noch fertig machen. Alles klar. Warte, geht's? Wo geht's hier hin? Ah ja, genau. Das heißt, up, up, up. Oh, da müssen wir uns erstmal die neue Ring finden. Aua, Arschloch. Scheiße, Mann. Wo ist die fette Kanone? Da kommen wir ohne. Da ist es. Das ist mir Stop Quad Damage. Oh, so geht das natürlich auch. Höh, so geil, ey. Weg. Weg. Quacamole, the Quad Damage, du. So. Wo geht's jetzt hier hin? Will ich doch gar nicht. Jetzt habe ich mir Angst. Aha, jetzt haben wir hier nochmal Quad Damage. Also wir schauen halt, ein sehr Quad Damage lastiges Ding. Oh. Sweet. Das ist natürlich jetzt nicht. Da kommt man hier. Was geht denn jetzt? Ich möchte einfach durch, hier kann ich. Warum kommt ihr da die ganze Zeit nach? Ah ne, die kommt da unendlich nach wie es aussieht. Oh ne, nicht die Viecher. Boah, das war da jetzt mal Multikyrie ohne Scheiß. Oh man, das gefällt mir alles gar nicht. Geht doch jetzt nicht mal weg machen, was ist dein Problem? Gottverdammt. Scheiß, das ist nervig hier. Meeeee. Ich bin nicht da. Ich bin da. Scheiße. Ich bin da. Ich bin da. Scheiße. weg scheiße aber auch ein Leben das habe ich jetzt mal verpeilt da lade ich lieber nochmal so ganz schnell jetzt da weiter ey du bist doch eine Sau deinen hässlichen Granaten aber ich hasse das so ne so ganz schnell mein Gott dann halt nicht verdammt das war scheiß timing ey Junge weiß der kriegt so viele so verfickt viele Schüsse rein und verreckt einfach nicht meine Güte auf den billigen Plätzen ey es ist doch jetzt nicht dein Ernst man da kann auch nicht guacamole guacamole nichts nichts so wie ist das denn ich bin immer wieder da ey 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 Fotzen, so ein dummer, verfickter, blöder Idiot, ne? Nein, da springt das Teil nämlich rein! Fuck! For God's sake, Alter. Ich will dich. Komm zum Papa. Bastard. Schnell speichert. Bam, Junge. Schnell speichert. Ey, ist das jetzt nicht dein Ernst? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Was schluckt diese Scheißfigur eigentlich? Fuck you. Oh mein Gott, Mann. Biss mich, ey. Da, jetzt hab ich... Oh, das... Nee, der wird... Son of a bitch, I know. Oh, was haben wir denn hier? Nicht mal wieder ab, Mann. Scheiß Guacamole. So, da hab ich jetzt einfach mal drauf Scheiß, geh ich jetzt hier durch mit eurem Ringer. Invisibility. Keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber ich geh einfach weiter. Goddammit. Ey, du kannst gar nicht wissen, was ich da bin, du spaßt. Das ist halt der Spawn, Alter. Scheißdreck. Total, Alter. Wenn ich dem so ein Ding in die Fresse stecke und abdrücke, ja, da ist der Heimschuss down und ich bin 10.000. Bitte. Oh, verdammt. Meine Nase ist zu. Dammit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, der Ring hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht, leider. Ach ja, ach ja. Oh, nee. Boah, geschafft. Er ist zwar als nicht übermarsicht, ist zu dir. Was so, Hobo. Du hässiger Bastard. Scheiter. Schitter. So. Oh, oh. Schafft. Oh, töten. Boah, ich bin ja so knapp hier. Guckamole. Whew. So, mein Schriez. So, weiter geht's. Wo geht's weiter? Ja. Wo geht's weiter? Ich bin auch nicht, vielleicht aggressiv, hä? So. Gut, ich hätte der Quad Damage irgendwo stehen lassen. So, genau hier. Gemute einfach, dass ich jetzt mal die Quad Damage brauche. hast du versuchst, was zu versuchen, ein Speedrun zu kriegen. Das ist ja nochmal Quad Damage. Das ist irgendwie unnötig. und jetzt weiter das war schon dafür habe ich jetzt gut damit egal in der werte genug davon zu geben und dass wir weiter schnell 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 und durch das war ja auch was eine qual mal 90 und was geht ein wasser könnte mir ich noch jetzt habe ich jetzt keine lust also bis zur nächsten folge leute bis zur nächsten körper alles klar das erleben wir dann nächstes mal okay also bis zum Vielen Dank.